Ja, hey meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Parasite Eve. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hund Shiva leider platt machen müssen, der zu einem Zerberrost in meinen Augen verwandelt worden ist. Wir sind jetzt am Krankenhaus, weil Eve sich fortverwünschen will. Deswegen suchen wir jetzt die Samenbank und haben unseren japanischen Freund einen Glücksmenger gekriegt. Und dann wird es sagen, gehen wir mal rein in die gute Stube. Hallo? Immer da? Keiner da? In Kanada? Machen wir die Tür auf. Dankeschön. Was haben wir hier drin? Tool. Ja, super. Können wir direkt benutzen, um eine schrottige Waffe platt zu machen. Glock. Da haben wir zwei Schoß. Wir könnten von dem Glock das Dreierding nehmen. So. Warte. Müssen wir da die Waffe verbessern? Ich möchte gerne das. Ja. So. Jetzt haben wir mit dem Maschinengewehr drei Schuss. Eben nochmal nachgucken. Ja. Sehr schön. Und, ähm, ja. Super. Mal eben speichern. Ja. Möchte ich gerne speichern. Ja, überprüft mal. Ja. Ja. An. 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 Okay. Und weiter geht's. So. Wohlang nur. Gucken. Haben wir hier irgendwas noch? Nö. Nö. Na, guck mal. Da ist auch noch eine kleine Kiste. Munition. Kann man immer gebrauchen. Haben wir hier noch was? Nö. Also, ich würde jetzt sagen, wir versuchen erstmal den Aufzug. Der bestimmt nicht funktioniert. Obwohl, das ist eine Tür. Kein Aufzug. Na, wir gucken mal. Die Tür ist verschlossen. Wie ich mir gedacht hab. Also, müssen wir den Umweg laufen. So. Ah ja. Äh, Fragezeichen. Das Kind. Nö. Oder war das nur mein Spiegelbild? So. Ja, auch so funktioniert nicht. Die Tür ist verschlossen. War klar. Drück mal den Knopf. Du brauchst eine grüne Schlüsselkarte. Echt jetzt? Mach die Türe auf. Okay. Der Aufzug funktioniert. Naja. Immerhin einer. So. Okay. Die scheint wohl zu wissen, wo sie hin will. Äh. Willst du nach unten? Ach, Eve. Geh ich mir auf die Nerven. Oh nein. Die Aufzugsseile. Hui. Das ist alles gut gegangen. Okay, Eve. Schlaf gut. Schlaf süß. Kein Floh soll zwicken dir deine, dein Fuß. Der Strom. Äh. Ja. Okay. Notstrom macht ihr gerade. Eve versucht mich hier unten in eine Falle zu locken. Sie hat die Notstromversorgung gehabt. Stromversorgung. Nicht Notstrom. Nur die Stromversorgung. Na klasse. Der eine Fahrstuhl ist kaputt und der andere ist ohne Strom nutzlos. Das heißt, wir müssen erstmal Strom wieder anmachen. Die Tür ist verschlossen, ne? Ja. Eve ist eine dumme Kuh. Runter oder hoch? Runter. Die Tür ist verschlossen. Versuchen wir mal die Tür. Die ist offen. Gut. Und voller Gegner hoffentlich. Ich bin nämlich wütend. Munition. Warum ist im Krankenhaus so viel Munition? Schauen wir hier. Ja komm. Sicherung. Ah okay. Sehr gut. So. Was haben wir hier? M79. Ich werde da eben kurz nachgucken. Äh. Was hat sie für eine Funktion? Ergänzt Beruhigungsmittel dem... Ah okay. Nee sonst noch was? Hier ist eine Tür, oder? Okay. Oh. Blob. 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 Nein. Hier die halten viel aus. Und den Blob der Herzen. Sehr schön. Nein. Oh das war aber jetzt ein Knappi. Sehr schön. Äh. Munitionen haben wir alle... Also Munitionen haben wir echt vier heute. So. Ist hier eine Tür? Ja. Dann komme ich da jetzt nur auf der anderen Seite wieder raus. Ah. Ah okay. Maja warte ich bin es. Was hast du denn? Da an. Dir muss doch kalt sein. Äh. Ich glaube nicht dass hier kalt ist. Spinnt. 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 Keiner geht auf. Da gucken wir jetzt gleich mal weiter. Wir haben die erste Sicherung. Die Tür geht auch auf. Wird hier bestimmt irgendwo eine zweite Sicherung drin sein. Dann kommen wieder die Blobs. Äh. Blob und die Flieger. Oh ne. Ne 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 ne. Das ist gemein. Nein. Nein. Ah. Super. So. Die Flieger ist kaputt. Wie lange hält dieses Giftding an? Ich hoffe nicht allzu lange. Ich hab mal wenigstens genug. Hab ich nicht noch so ein Ding gehabt? Geheilung. Genau. Benutzen. Den Dreck ausweichen. Mhm. Wir warten lieber bis die angreifen. Dreck von beiden Seiten. Ich hoffe. War das der hier? Ja. Sehr schön. Hau ab. Bleib von mir weg. Eins. Zwei. Drei. Weg von dir. Wir warten lieber bis sie angreift. Sehr schön. Hm. So hatten wir da alles. So. Dann gucken wir uns mal jetzt hier um. Weil ich denke mal nicht, dass hier irgendwas wertvolles ist. Mhm. Ah. Ein Telefon. Gehen wir hier. Autopsie. Okay. Ja. Wir speichern mal. Kann ich hier derzeit mal kurz was trinken. Ja. Na. Ja. An. 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 Okay. Und weiter geht's. Ah, das ist noch eine Kiste. Die hätte ich aber jetzt nicht gesehen. So. Haben wir hier noch was? Mhm. Wo geht's jetzt hier lang? Na, okay. Was haben wir hier? Du brauchst die blaue Schlüsselkarte. Äh. Grüne. Und jetzt eine blaue. Eben kurz gucken, was muss man... Ja, meine, die ist noch okay. Gehen wir mal weiter. Unten war ja die Tür noch verschlossen. Ich glaube, dafür ist unsere... ...Karte jetzt. Die aufgeschlossen. Die dazwischen ist wohl nicht länger zu gebrauchen. Ich werfe ihn weg. Ja, mach es bitte. Und nicht wieder vor alles wieder sammeln. So. Ähm. Gucken. Oh, ist da. Wer gibst du nicht jetzt? Ja, war doch klar. Damit haben wir diesmal vier Gegner. Blob und zwei Fliegen. Ja, super. Ja. 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 So. Er ist ein Fliegenmeister kaputt gemacht. Warten, bis der Blob wieder angreift. Sehr schön. Jetzt kommt der Blob dran. Na komm. Bei dem Ding weiß ich ja nicht mal, wo vorne und hinten ist. Na. Zack. Sehr schön. Das nehmen wir auch wieder alles. Mich nervt ist, dass das nicht so sortiert wird, dass man sagt, dass die Blob wieder sagt, ja, du hast zwei von den Zweiermedizin, die tun wir dann mal zusammenstecken. Nein, natürlich nicht. Also reagieren tut sie hierauf nicht. Und reagiert sie auf den hier? Auch nicht. Hier ist eine Kiste. Cool. Sehr schön. Dann benutzen wir mal eben Dreck. Welche Waffe ist hier schrottig? Ich könnte die eigentlich nehmen, ne? Entschuldigung. Die Waffe. Ne, zwei Schuss will ich nicht. Genau. So. Gehen wir mal durch die Tür. Wo wir da hinkommen. Sicherung haben wir ja schon mal. Mhm. Ja, hab ich mir schon gedacht. Der Blob und Krallenmeister. Da. Äh. Was macht der da? Äh. Hallo? Komm mir nicht so nah. Der ist ein Kinkgeruch. Nein. Der ist schön. Nein, Blob. Bleib weg. Bleib weg. Sehr schön. Na komm, spuck dein Beilchen. Eins, zwei und drei. Jawoll. Das war da jetzt mal gut. Und immer noch kein Level ab. Äh. Ne, ich will nur die Munition. Weil ich nehm lieber alles. Ja. So. Gucken wir uns mal hier um. Da liegt auf jeden Fall jemand. Blaue Karte. Sehr schön. So. Sonst haben wir was dazu zu sagen. Nix. Oh. Und ich krieg schon. B-Weste. Mhm. Stark gegen Statusangriffe. Na, okay. So. Was haben wir hier? Da kann man nichts machen. Da kann man auch nichts machen. Da kann man auch nichts machen. Oh. Guck mal. Da oben ist da noch was. Sicherung zwei. Ja, sehr schön. Hey. Okay. Energieding ist nicht drin. So. Was können wir jetzt hier machen? Kann man hier überhaupt was machen? Hier scheint wohl nichts zu sein. Okay. Zwei Sicherungen haben wir jetzt. So. Dann. So. Ach Gott. Ich wollte ja nur zurück. Ja. Gott. Blöde ist echt. Ja, genau. Ja. Gott. 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 Stirb. Jetzt häng ich hier auch noch fest. Eingekreist. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Bin ich auch noch verlangsamt. Boah, ich krieg da echt einen Wutanfall, ne? Stirb. Jetzt bist du dran. Nun, jetzt bist du dran, Blob. Da ist's. So. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. Level Up. Offensiv, defensiv, P-Energie, Status, Erholung, AT-Leiste, Taschenplatz. Ja, das nehmen wir auch mal alles. So. Hier im Kostensmenü. Einmal das, nochmal das. Nein. Das, das. So. Sehr schön. So. Einmal wieder raus. In dem einen Floh war ja zum Glück kein Kampf. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Was hat die jetzt gemacht? Hier was kaputt gemacht? Nee. Gut. Die Tür existiert noch. So. Gucken, was sie jetzt gemacht hat, die Olle. Die Tür ist auch noch ganz. Sehr schön. So. Hier war, glaube ich, der Speicherraum. Vorher nochmal speichern, bevor ich da reingehe. Hört richtig. Nein. Das war falsch. Dann war das die andere Tür hier oben. Naja, die Schlüsselkarte benutzen wir gleich. Muss ich noch dran denken. Wir haben noch eine grüne Schlüsselkarte. Die wir suchen müssen. Null überprüfen. Null überprüfen. Sehr schön. Ja. An. 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 Okay. So. Und dann wieder direkt zurück. Ja. Hallo. So. Machst du mal die Tür auf. Und. Bitte die Schlüsselkarte benutzen. Danke. Die Schlüssel ist wohl nicht länger zu gebrauchen. Ich werfe ihn weg. Ja. Mach das. Damit ich noch mehr Platz in mein Inventar hab. Äh. Thema Treppensteigen. Äh. Mal so viel zum Thema. Da ich was, was ich haben will. Eingriff 2. Ja. Super. Dreck in die. Dreck in die Waffe rein. Nein. Ach. So. Eingriff 2. Benutzen. Da rein. Sehr schön. Da rein. 40. 13. 53. Sehr sehr schön. Mhm. Also ich wollte nur noch eben was gucken. Bevor wir hier weiter gehen. Kann ich was mit einem Knarren machen? Ach ne. So. Mhm. Also nicht großartig viel, ne? Ne. Dann machen wir mal weiter. Ja. Hier mal eine Tür. Die ist offen. Sehr schön. Hm. Nö. Ich glaub da gehen wir später hin. Ich will mich erstmal hier noch drinnen umgucken. Aber das wäre ja dann der normale Weg, den ich gehen sollte, was das Spiel will, ne? Gucken. Oh nein. Der Hauptschutzschalter ist auseinander gebraucht und wird einige Sicherungen fehlen. Sicherung in die Dichtung. Ja. Nein. Kabel reparieren. Stromversorgung. Kabel reparieren. Kabel ist schon repariert. Stromversorgung aktivieren. Ist der Strom wieder da? Ich wollte eigentlich jetzt wissen, ob der Strom wieder da ist. So. Sicherung. Ja. Ja, sehr schön. Eine fehlt noch. Du bist nicht im Besitz der Sicherung für eine Sicherungskasse. Okay. Danke. Jetzt bin ich schlauer. Aber hier haben wir schon mal wieder sicher. Na, da war eine Kiste. Egal. Wir gucken uns jetzt erstmal hier unten um. So. Was haben wir hier? Tool. Sehr schön. Können wir direkt wieder benutzen. Was ist Schrott? Na. Na. Das bringt mir nicht viel, ne? Na. Ich könnte die ... Na. Die hat mehr Power ... Tool hat ... Die nehmen. Die. Ich mische das. Ja. Sehr schön. Dann gucken wir uns mal hier um. Genau das habe ich gedacht. Ui. Das war ein größeres Oschichin. Was kannst du? Was kannst du? Ja, einen Tennisball spielen. Nö. Boah, Alter. Okay, die Dinger kann man auch zerstören, aber ich will daraus schießen. Nein, das wollte ich nicht. Ja, genau, deswegen wollte ich das nicht. Nein, so. Immer wieder nach langer Zeit mal wieder einen Energieschuss abfeuern. Auf deinen Hintern. So, äh, super. Jetzt habe ich nur auf den Ball geschossen. Ach, Gott. Wird echt fies, ne? Okay, die Bälle gehen da nicht weg. Das ist gemein. Ja, ist gut. Ein Schuss da, ein Schuss da, ein Schuss da. Weg. 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 Super. Boah, diese Bälle, ne? Ein Schuss da, ein Schuss da, ein Schuss da. Sehr schön. P-Heilung, was ist das? Halt und verhindert Starrheit. Okay. Brauche ich nicht. Immer bewertet. So, gucken. Was haben wir hier noch? Medizin 2, sehr schön. Was haben wir hier? Hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ah, doch. Oder? Sicherung 3, sehr schön. Ja, Leute. Ich würde sagen, für heute machen wir doch erstmal Schluss. Die dritte Sicherung werden wir dann morgen rein machen, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wird es weitergehen mit Parasite EF. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.